Und darüber wollen wir sprechen mit Annette Dittert in London. Ja, was von dem ist eigentlich wirklich neu, was Prinz Harry da erzählt? In dem Sinne, neu ist wenig, weil ja durch die Tatsache, dass dieses Buch schon seit ein paar Tagen in Spanien aus Versehen rausgekommen ist, man schon vieles wusste. Dennoch, was deutlich wird in diesen Interviews nochmal, ist der scharfe Vorwurf, der auch schwer wiegt, dass eben Mitglieder der königlichen Familie Komplizen der bekanntermaßen aggressiven und schamlosen britischen Boulevardpresse gewesen sind. Unter anderem Camilla, die er namentlich nennt, soll ihn also aktiv gemobbt haben, indem sie negative Geschichten über ihn und Meghan verbreitet habe, um selbst in einem besseren Licht dazustehen, also gewissermaßen in einem Tausch da Komplizin geworden ist. Und das sind natürlich Vorwürfe, die wirklich schwer wiegen, die aber eben auch wahnsinnig schwer zu entkräften sind, weil jede Art der Antwort oder der Stellungnahme des Palastes hier den Wirbel, den die Presse hier in Großbritannien um diese Geschichte macht, und der ist enorm, nur weiter anfachen würde. Wenn Harry aber, wie er sagt, sich mit seiner Familie aussöhnen will, könnte er auch einfach, wie andere Leute auch, zum Beispiel seinen Vater oder seinen Bruder anrufen. Warum nutzt er selbst die Medien und tut das in diesen Interviews? Das begründet er eigentlich ganz konsequent, weil er eben sagt, dass seine Brüder, sein Bruder, die Camilla, die Pressestäbe auch von Charles unter anderem, obwohl er den sehr schont, dass die eben ganz bewusst immer wieder diese falschen Narrative gestreut haben über ihn. Und das will er eben auch genauso öffentlich korrigieren. Also das ist in gewisser Weise nachvollziehbar, dass er damit aber natürlich jede mögliche Versöhnung schwieriger, deutlich schwieriger macht, weil natürlich William und Charles fürchten müssen, dass jede Begegnung in irgendeiner Weise in der nächsten Soap landen wird. Das sieht er offenbar nicht. Aber erst mal ist schon nachvollziehbar, dass er öffentlich eben seine Wahrheit, wie er das nennt, also sein Narrativ auch an die Öffentlichkeit bringen will. Aber er klingt eben selbst nicht gerade versöhnlich mit seinen Vorwürfen. Wir haben gehört, die Familie schweigt. Aber wie geht die denn wohl jetzt mit diesen Interviews um? Also bislang gibt es dazu nichts öffentlich. Und ich denke, dass sie eben auch weiter offiziell schweigen werden. Denn was sollen sie machen? Alles, was sie jetzt als Stellungnahme da in irgendeiner Weise öffentlich verbreiten, wird eben das Ganze, den ganzen Wirbeln nur weiter anfachen. Dennoch ist es nicht so, dass sie komplett schweigen. Denn man sieht eben auch heute sowohl in der Boulevardpresse als auch in der Times, also in seriöseren Zeitungen, durchaus indirekte Stellungnahmen des Palastes. Das sind dann immer die sogenannten Quellen. Und das ist eben genau das, was Harry meint, dass das eben so schwer nachvollziehbar ist, von wo das dann kommt. Und dass es intransparent ist. Und dass da eben ein zu enges, zu toxisches Verhältnis zwischen der britischen Monarchie und der Boulevardpresse herrscht. Und das genau will er anprangern und will er auch ändern. Auch wenn das natürlich eine monumentale Aufgabe ist, die ihm höchstwahrscheinlich nicht gelingen wird. Ja, monumentale Aufgabe. Was bedeutet diese royale Dauerfäde für Großbritannien? Also das ist schon, wenn das weiter so läuft, wie es jetzt scheint, nämlich als Dauerfäde. Und da geht es ja auch um harte Vorwürfe. Nicht nur um Mobbing, wenn man so will, sondern auch um Misogynie, um Rassismus. Dann ist das schon etwas, was die britische Monarchie dauerhaft beschädigen kann in dieser Situation. Prinz Charles ist, Prinz Charles sage ich immer noch, König. Charles ist kurz vor der Krönung. Das ist natürlich das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann. Und ich meine, das ist auch etwas, was man schon ernst nehmen muss. Das hat durchaus eine gesellschaftliche Relevanz jenseits der Boulevardpresse. Denn diese britische Monarchie, das ist auch verfassungsmäßig eine wichtige Institution innerhalb der britischen Demokratie, die durchaus Macht und Einfluss hat und auch teuer bezahlt wird vom Steuerzahler. Und wenn die jetzt immer stärker ins Wanken gerät und eben nicht mehr diesen, sage ich mal, heiligen, über allem schwebenden Status hat, den sie noch unter der Queen oder mit der Queen gehabt hat, dann destabilisiert das in gewisser Weise auch das ganze Land hier. Vielen Dank, Annette Dittert in London. Vielen Dank.